Yo Leute, willkommen zurück zu Faeria, wir spielen wieder gegen Peace Blossom, das dümmste Fisch was es hier überhaupt gibt, zwei Decks habe ich geplant, mal gucken welches von beiden es hoffentlich reißt, einmal Green relativ low und einmal ein Scheitern, ein OTK Deck im Endeffekt. So, gefällt mir eigentlich ganz gut für den Start, nee ich bin nie bereit für die Prüfung der Weisheit, so zack, schon wieder gut los hier, ich mag das Viech echt nicht, create a forest, einmal hier hin, Zug beenden. So, okay, wie gesagt hier eher drauf gesetzt die Sachen loszuwerden und dann möglichst stark, okay, möglichst stark die Viecher zu pushen. Zack, das war blöd von mir. Ähm, äh, machen wir es anders, create a forest und machen das, Zug beenden. Ich hätte, ich wollte erst den Hofnach spielen dahin und dann wollte ich, äh, sie spielen dahin, weil dann hätte sie, ähm, drei, fünf gehabt. Äh, leider habe ich es gerade versaut. Größere Weisheit, johu. Ich freue mich. Eine meiner absoluten Lieblingskarten. Sie ist jetzt schon wieder gekommen, das wird nix. Okay, ähm, ba-bam, 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 pfff, wir könnten theoretisch... ...eins, zwei... ...kann ich... ...die Wildnishüterin... ...hier hinsetzen... ...und meinen Zug beenden. So, ähm, das war blöd von ihm. Aber okay. Jawohl, Lagerfeuer... ...Lagerfeuer ist immer am besten. Ähm... Jo. Ja, ich kann nix machen. So. Einmal den setzen. Oh. Kann ich mal so verkehrt... ...dann einmal den setzen... ...und dann einmal den Zug beenden. Weil ich würd gerne gegen den jetzt gleich kämpfen. Wenn er jetzt nicht setzt. Sehr schön, ein Lagerfeuer. Hm. Wenn er jetzt mit ihm nicht wegzieht, dann kann ich ihn gleich auf jeden Fall angreifen. Hat... ...dann halt einfach den Vorteil... ...ja... ...ähm... ...hat den... ...Vorteil... ...zack... ...dass ich... ...keinen Schaden kriegen würde... ...und... ...trotzdem... ...mein Effekt kommt. Und... ...das wäre doch schon mal ziemlich praktisch für mich. So. Nehmen wir es für Area... ...oder nehmen wir... ...die Karte? Ich glaub die Karte ist sowas sinnvoller im Moment. Ja, die Karte ist sinnvoller. Gut. Dann nehmen wir nämlich... ...das... ...und dann... ...hauen wir... ...hier mal auf die Schnauze. So. Gut. ...zu beenden. Schade. Wäre eine schöne Karte gewesen. Bringt uns aber jetzt gerade alles nichts. So. Hm. Ja, ist okay. Hm. Den hätte ich gerne gehabt. So. Dann... ...create a forest. Hm. Ein Fall Area. Da können wir sowieso nur ihn angreifen. Hm. 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 So. Gut. Und dann... ...beenden wir den Zug. Jawoll. Der ist kaputt. Das heißt, er muss jetzt auf jeden Fall... ...nach unten hin angreifen. Also er muss erstmal auf meinen Narren angreifen. Sehr schön. Ja, ich krieg auch nicht das, was ich gerne hätte. Hm. Das dürfte es gewesen sein. Hm. Schön. Dumpfschmiede. Zack. Zuck. Zug beenden. Ja. Wie gesagt, es bringt mir halt gar nichts. Hm. So. Zack. 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 Und zack. Und das war's. Schade. Okay. Okay. Ähm. Das Zweite, da bin ich mir super unsicher. Ja. Ich glaube, es sei erkennt. Würde da sogar am besten zu passen. Ist ne Art Sacrifice Deck. Ne Art. Ähm. Ist pure gelb. Und spielt auf den, ähm. auf den, hier nicht vorhandenen, komischen, gelben Vampir. Na. Okay. Den Luft-Elementer krieg ich sogar wieder. Ich war immer überlegen, ob ich den Luft-Elementer auch behalte. Toll. Genau sowas brauchst du zum Start, ey. Zug beenden. Ja. Da sitzt ich mir natürlich direkt wieder vor die Nase. Hm. Hat der jetzt nach oben hin? Na, ich weiß es nicht. So. Oh. Sehr schön. Okay. Ähm. Ich brauche halt erst den... Vampiren. Bevor ich irgendwas machen kann. Das heißt, ich ziehe weiter. Gut. Dann würde ich sagen... Den kann er zur Not auch weghauen. Ja. Zug beenden. Kann ich nichts machen. Mhm. 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 Komm, ja. Schutzkuppel. Da haben wir... So. Wichtig ist jetzt... ...dass ich... ...der Spott, ne? Ja. So wie eigentlich alles in diesem Scheiß Deck. Wichtig ist, dass ich... ...dem jetzt möglichst viel... ...angriffspunkte verschaffe. Und ich glaube... ...das geht am besten... ...indem ich jetzt einfach... ...äh... ...schwierig zu sagen... ...versuchen was. Ich weiß nicht, wie der Kommen jetzt darauf reagiert. Das Richtige wäre da, da, drauf. Feierabend. So. Das wäre das Richtige, was er machen könnte. Ich hoffe, er macht das nicht. Sondern geht da... Jawoll. Sehr schön. Das war ein Fehler von ihm. Das war ein dummer Zug von ihm. So. Okay. Ja, ja. Ist nicht tragisch. Haben wir eine Zweier Kreatur? So. Ich kann... ...verbündete Kreaturen leider nicht wegopfern. Aber... Verdammt. Ich habe eventuell einen Fehler gemacht. Aber den können wir ausbügeln. Indem ich das mache. Indem ich das mache. Indem ich das mache. So. Und dann opfern wir nämlich den weg. Und dann hat der schon mal eine Schutzhülle. Gut. Zug beenden. Schade. War ein logischer Zug. War ein guter Zug. Und ähm... Ja. Ich kann nichts machen. Da könnte ich jetzt gerade nichts gegen machen. So. Zack. Hm. Ach, scheiße. Drecksack. So. Nuckeln wir... ... ... ein bisschen an... ... dem Viech. Scheiße. Das war ein freundlich... Moment. War das ein freundliches? Ne. War kein freundliches, oder? Das war... Das war ein freundliches, oder? Ich glaube, das war einer von meinem Kollegen. Scheiße. Fuck. Scheiß drauf. So. Moment. Achso. Ne. Wenn's gespielt wird. Ähm... Ziehen eine Karte. Ja. Gut. Okay. Kann man machen. Juhu. Juhu. Lagerfeuer. Macht uns doch jetzt nicht mit... ... Low Levels fertig, oder? So. Ja, kaputt. Jawoll. Hm. So. Kann ich... ...verbündete Kreaturen opfern? Ich glaube nicht, oder? So. Und... Oh. Zug bei hinten. So. Ja. Das hat er. Das hat er. Ganz sicher hat er das. Er könnte jetzt sogar hier... ...ähm... ...einfach nur die... ...zwei Dinger hinsetzen. Und ich kann nichts dagegen machen. Zwei Prärin. Jetzt zieht er nochmal fünf. Jetzt sind wir down. So. Okay. Zack. Ähm. Wie viele Karten habe ich auf der Hand? Neun Stück. Ich bin also voll. Dann... ...opfern wir doch einfach mal dich. Ziehen eine Karte nach. Fügen uns selbst zwei Schaden zu. Und beenden den Zug. Nein. Ich möchte keinen... ...verstand... ...meinen Verstand nicht erweitern. Gott im Himmel, ey. Ich weiß nicht, wie ich diesen Scheißkerl hinkriegen soll. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Und es geht mir im Moment richtig hart auf die Nüsse. Ich werde jetzt nicht nochmal eine Folge damit machen. Ich werde ich besiege ihn jetzt irgendwann mal oder halt nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht zeigen. Ähm. Ich werde es wahrscheinlich mit irgendeiner Gelb-Variante versuchen. Weiterhin irgendwie so Sacrifice-Deck-technisch. Mal gucken. Leute, wenn es euch gefallen hat, likede das. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bei ihr. Bei ihrer Hautzerein. Bis dahin. Ciao, ciao.